Hi Leute, weiter geht's mit der nächsten Folge. Wir spielen heute Sternenvernichter! Auf der Karte kosmische Ruinen, Singularität! Okay, ist das was Neues? Keine Ahnung. Oder? Wohin mal, das ging ja sehr schnell los. Schneller als wie gewohnt. Normalerweise dauert das mal 1-2 Sekunden. Jetzt ging's ja sofort los. Naja, mal schauen. Rumble's Mech heißt Tristie, zu Ehren einer Yordle, die ihm sehr wichtig ist. Aha! Die Tristana vielleicht? Tristie spitzt dabei für Tristana. Naja, so, worauf warten wir jetzt? Ah, da. Willkommen in den kosmischen Ruinen. Ja. Willkommen. Allein die Singularität wird mich befreien. Wird uns alle befreien. Ja, wenn du das sagst. Nein! Nein! Gegnerische Doppeltötung. Okay, ich hab nichts erwischt. Schade. Was? Die Sterne hat sich nicht verlaufen. Nein! Wirklich? Was? Ein Gegner hat fällt in Blutraum. Nein! Ich habe irgendwas noch gefangen, während ich geschubst wurde. Das gegnerische Team hat die Hälfte seiner Seelen gesammelt. Nein! Was? Der Sternenvernichter hungert nach Seelen. Wunderprozentig ein Prü-Mate-Team. Ein Gegner wird zum Berserker. Was? Ich habe das zuerst gemacht und seiner gilt. Habe ich mich gerade selbst gerettet? So. Nein! Ich habe auf Abklingzeit. Mist. Ja! Nein! Ja! Danke! Ich hatte gerade Seelen gerettet. Danke. Danke. Was? Sie haben jetzt schon gewonnen? Nächste Spiele des Sieger-Teams war Jarrah und Peter Kumpel. Ich bin hier Vorbote. Gegnerische Doppeltöten. Na toll. Überhaupt nicht toll. Und uns an den lebenden Galaxien selbst. Nein! Nein! Er hat mich doch getötet! Wir werden diese Welt aufziehen. Okay, das war irgendwie... Scheiße. Ja, was jetzt? Nein! Ach komm. Ja! Das Nichts nimmt alles an. Meins? Das Gegnerische Team hat die Hälfte seiner Seelen gesammelt. LOL! Ich hab ihn das weggenommen! Der Sternenvernichter... Nein! Was hast du gemacht?! Kein Gegenschlag? Was?! Das ist irgendwie... Blöd! Ich hatte doch volles Leben! Dann schaffte er es, mich so weit zu ziehen? Das Gegnerische Doppeltötung! Das Gegnerische Team hat fast genug Seelen! Nächste! Ein Gegner verweilt den Blutrausch! Mann! Die sind so gut, weil sie sich immer wieder mit den... ...äh... ...Dingern retten! Wir schießen die so oft in die Mitte... ...aber sie retten sich immer gegenseitig mit den Laternen! Bei uns klappt das nicht! Ich hab das selber auch noch nie geschafft, glaube ich! Immer wenn ich die Laterne zur Verfügung habe, schaue ich... ...ob ich jemanden hinkriege... ...und dann versuche ich es, ihn zu werfen! Aber ich hab das noch nie geschafft! Aber ich bin halt auch kein guter Thresh-Spieler, muss ich sagen! Das waren wahrscheinlich jetzt 3 Thresh-Mates! Das ist natürlich... ...übelst... ...wär das! Naja... LOL! Ich hab 4 Punkte... Nein, getötete Basalen! Achso! Ah, hier! 16, 13, 4... Äh... Ich bin schon ein bisschen blöd... 11 mal gestorben... ...11, 12 mal 7 getötet... ...ein Assist... ...hat insgesamt 8... ...hier nur 6... ...da 7... ...und hier 12, 12, 10 getötet... ...13, 11, 14 Assists... ...4, 16, 13... ...das ist komplett... ...das ist überhaupt nicht vergleichbar! Bronze gegen Diamants ungefähr! Na gut... ...vleicht beim nächsten Mal mehr Glück! Ciao Leute!